Jetzt haben wir Fashion Week, ist ja auch immer für Personen, die wie Sie so ein bisschen im öffentlichen Leben stehen, Party-Marathon. Jetzt soll das morgen schon wieder 35 Grad werden, wie steht man das durch? Also dieses Jahr Fashion Week ist verbunden mit extremer Hitze und deswegen auch sehr gediegen bei mir. Also ich mache ein paar Shows, morgen um 12 Uhr beginnt es für mich und da gucke ich mir dann nochmal ein paar Sachen an, übermorgen auch. Aber ganz ehrlich, die Fashion Week hat mit den Jahren echt ein bisschen nachgelassen und man hat auch gar keine Lust mehr überall hinzurennen. Gerade bei so einem Wetter sitzt man dann gerne auch mal draußen mit einer Freundin und isst ein Eis anstatt von Party zu Party zu hoppen.